meine damen und herren herzlich willkommen zur letzten folge von kristall seminar heute werden wir glaube ich das letzte haben und ihr kennt das ganze ich bin rein testen alles was hier oben geht so super und rein da 1000 ist unser ziel 2000 ist nice to have es ist es ist Das war's für mich. Ja, okay. schon spaß muss man immer sagen also ob es die es ist es vor allem der schaden ist auch nicht von schlechten eltern das muss man ja auch mal sagen nichts im vergleich zu meinem kuckoo ganz staubsauger bild aber trotzdem doch ja 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 Das war's für mich. Das war's für heute. vor allem kann man das hier spam ohne ende wahnsinn 2544 aber glaube ich noch nicht geschafft war rekord und das im letzten kann jetzt so bad oder alles einsammeln und alles ist super ja das ja wie gesagt ist absolut nice to have können da machen wenn ihr wollt aber somit haben wir das quasi abgeschlossen das event und wir dürfen gespannt sein was das nächste ist so so cool gut das war schon für ganz schön leute danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten event oder rein